Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zu How to Steh Richtig, der kleinen Videoreihe, in der wir uns mit Fahrzeugen beschäftigen, die zugegebenermaßen sich nicht wirklich gut positionieren. Und diese Runde ist vom letzten Samstag, vorletzten Samstag, um genau zu sein, aus dem Livestream von mir selbst gefahren. Ich bin im T1 Heavy und habe mich in dieser Runde sehr über den KV2 und diesen KV1 SA geärgert. Aber fairerweise muss man sagen, der KV2 hier, der ist AFK, also der ist in der Runde drinne, das sieht man daran, dass die Kanone nach unten gerichtet ist, das heißt, der ist nicht komplett disconnect, sondern der ist halt in der Runde drinne, aber er ist halt AFK. Und hier Kandidat KV1 SA, ein Tier 5 schwerer Panzer, ich glaube aus der wohlverdienten Belohnung mit einem Autoloader oder Reverse Autoloader, der durchaus dem Gegner wehtun kann. Fairerweise, wenn man mal den KV2 jetzt außen vor lässt und nur den KV1 SA hier betrachtet, der ist genauso wie ich Low-Tier. So, er schießt hier irgendwo in die Wallachrei rein und ich kann es natürlich verstehen, dass er genauso wie ich keine Lust hat, gegen zwei UIs in der Stadt zu kämpfen. Das ist schwierig, das ist tricky und meine Positionswahl auf D1 vor der Bishop ist jetzt zugegebenermaßen auch sehr diskussionswürdig. Wir wollen das Ganze hier mal ein bisschen auftröseln und einfach kurz überlegen, was denn hier besser wäre als das, was er uns da unten anbietet. Und fairerweise muss man sagen, im Grunde ist hier alles besser als das, was wir da von ihm sehen. Natürlich, man hätte trotz, dass man Low-Tier ist, hier in die Stadt fahren können. Ihr seht schon, das Team steht extrem tief. Natürlich kann man das machen, das ist nicht super optimal, aber um die zwei UIs da vielleicht in so eine kleine Falle zu locken, wäre das durchaus denkbar. Man muss sich natürlich dann ein bisschen zurückhalten, um hier nicht im direkten Fokus zu stehen, aber es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wo man kämpfen kann. Man kann hier an die Ecke fahren, man kann hier in die Straße reinfahren, an der Ecke kämpfen, man kann aber auch noch weiter außen kämpfen, an der Ecke, an diesem Stein. Das sind natürlich aufgrund der Kanone jetzt nicht unbedingt die besten Positionen. Man will natürlich mit der ungenauen Kanone vom KV-1 SA ran, aber das sind so Möglichkeiten, wo man erstmal abwarten könnte. Man kann auch hier in diesen Bereich reinfahren und vielleicht hier runter irgendwie die Gegner versuchen zu überraschen. All das sind Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, irgendwie hier oben in die Mitte zu fahren. Man darf nicht vergessen, man ist immer noch ein Heavy und wenn hier irgendwas Medium- oder Light-mäßig steht, müssen die auch erstmal bei euch durchkommen. Allerdings das Spotting hier gegenüber auf diese Position ist durchaus schwierig. Eine andere Möglichkeit, situativ natürlich auch abhängig davon, wie sich das Team hier verhält, ist halt irgendwie hier über die 1er-Linie was zu machen. Zugegebenermaßen, meine Positionierung hier ist auch nicht unbedingt das allerbeste. Hängt halt, wie gesagt, auch davon ab, wie viel vom eigenen Team hier vertreten ist. Und wir haben hier einen Light, wir haben eine Artie und was soll ich jetzt da vorne noch mit dem Light in den Proxyspot reinfahren? Kann man natürlich machen, ob es am Ende so sinnvoll ist, ist natürlich fragwürdig. Aber grundsätzlich, wenn wir hier mehr Kanonen haben, wenn der KV-1 SA vielleicht auch zeigt, dass er da motiviert ist, was zu machen, dann kann man da natürlich auch hier ein bisschen aggressiver spielen. Es ist als Low-Tier immer schwierig und vor allen Dingen Low-Tier-Heavies, er fährt jetzt tatsächlich sogar noch los, sind halt immer so ein bisschen gedoomt, weil sie ihre primäre Stärke, ihre Panzerung haben. Aber das, was er hier hinten im Busch gemacht hat, ist schon aktive Arbeitsverweigerung für das eigene Team. Ich bin gespannt, ihr könnt mal bitte gerne ergänzen, was ihr noch für Positionen für so einen Low-Tier-Heavy in so einer Runde hier seht auf dieser Karte. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr selber Replays habt, die hier in diese Thematik reinpassen, dann könnt ihr mir die gerne per E-Mail schicken. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Game One Fan, Kulle, Kirtano, Kabein, Rico, Rohrblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Herr. Shoutout to